Das war überhaupt nicht der Ausgang. Jetzt bin ich hier in diesem Wartezimmer gefangen. Es gibt nicht mal eine Tür. Ich sollte wohl lieber ins Krankenhaus gebracht werden, als hier dieses Spiel mitzuspielen. Ich benutze Bettel. Das ist eine gute Idee. Wie lange muss ich noch? Lass mich doch bitte mal hier raus. Ich kriege auch langsam echt Hunger. Hier kommt was raus. Eine Wurst. Hier ist eine Luke. Die ist leider mit einer Kette versperrt. Aber die muss irgendwie aufzupriegen sein. Da muss der Ausgang sein. Wer ist das? Wer ist das? Geschenk drei. Eine Pistole? Das ist eine Lauf-Richtung. Auch bin der Knall. Die Kette versperrt. Wenn die Knall noch malen. Ich bin der Knall.